Willkommen in der Behörde. Du wurdest uns wärmstens empfohlen. Das ist dein Versteck. Kauf dir den Battle Pass, um dieses Agententeam anzuheuern. Muskelkater. Ein Feliner Vollstrecker, der gern die Krallen ausfährt. Midas. Ein Genie mit einem goldenen Händchen. Maya. Eine Spezialistin, die sich dir auf einzigartiger Weise anpasst. Und mehr. Im Laufe der Saison schließt du Missionen ab, um eine zusätzliche Variante deiner Battle Pass-Agenten freizuschalten. Ghost oder Shadow? Wähle mit Bedacht. Außerdem wirst du auf Missionen geschickt, die das Schicksal der Insel verändern werden. Für immer. Deine Zukunft beginnt mit dem Kauf des Battle Pass. Erhalte dein Agententeam, 1500 V-Bucks und brandneue Gegenstände. Die Zukunft liegt in deinen Händen. Du triffst sicherlich die richtigen Entscheidungen. Viel Glück! Die Zukunft liegt in deinen Händen. Die Zukunft wird wichtig. Daher ist noch nicht überrascht. Die Zukunft liegt in den Händen. Die Zukunft ist wichtig. Vielen Dank.